Mal, ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, kommen das liebliche Kindlein zu schauen. Christus, der Herr ist heute geboren, wie Gott zum Heiland euch an der Kur, freutet euch nicht. Lasst uns sehen in Bethlehemstall, was zu uns verheißen, der himmlische Schall, was wir dort finden lassen, uns künden lassen, uns preisen, in Frauen preisen, Halleluja. All ich die Enge verkündigen heut, Bethlehems Jungen, Volker, große Freude. Nun soll es werden, Frieden auf Erden, den Menschen allen ein Wohlgefallen, Ehre es sei Gott.